Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder mal um ein Horde-Only-Quest-Achievement. Und zwar heißt das, Rache wird am besten schnell serviert. Und für dieses müssen wir die World Quest Crackwars Rache innerhalb von 45 Sekunden abschließen, ohne uns in einer Gruppe zu befinden. Und ihr seht, die World Quest startet quasi hier, wenn wir diesen Frosch anquatschen und natürlich immer nur dann, wenn auch die World Quest ab ist. Hier Crackwars Rache in Nazmir, die kommt alle paar Tage mal. Das Ziel ist es hier, die 150-Blut-Trolle in den 45 Sekunden zu töten. Ihr habt auch nur zwei Fähigkeiten. Wichtig ist, die Fähigkeit 1 ist der Sprung, den solltet ihr immer auf Abklingzeit halten. Und die zweite Fähigkeit, hier diese Zunge, die solltet ihr einfach immer durchspammen. Wie ihr hier bei mir seht, es ist relativ eng. Und vor allem, ihr müsst es gucken, dass es vielleicht an der Zeit macht, wo hier jetzt nicht ganz so viele Leute rumhampeln. Denn ihr könnt euch gegenseitig die Blut-Trolle klauen. Beziehungsweise der Frosch, ihr seht hier ploppt gerade das Achievement, der Frosch skaliert auch mit Item-Level. Heißt, wenn ihr mehr Item-Level habt, dann haben die Gegner mehr Life, aber auch der Frosch macht mehr Schaden. Ich habe herausgefunden, dass umso niedrigeres Item-Level man hat, umso besser man skaliert. Da man dann quasi mit dieser Frosch-Zunge die Mops one-shottet, beziehungsweise banal one-shottet. Ich habe das jetzt hier mit einem Twink gemacht, der sehr gammliges Gear hat. Irgendwas 230 nur oder so hatte der, glaube ich, um den Dreh rum. Weil das ein Char ist, den ich einfach nur übers Hoch-Leadchen quasi gegiert hatte. Deswegen relativ wenig Item-Level. Alternativ könnt ihr auch einfach euer Gear auf die Bank packen, dann hierher gehen, die World-Quest machen. Dann habt ihr es auch ein wenig leichter, das Ganze zu absolvieren. Also nochmal, um es zusammenzufassen, einfach den Sprung auf Abklingzeit halten und das Zungenpeitschen immer durchspammen. Und ein bisschen Glück ist dabei, dass ihr keine anderen Spiele habt, die euch das Ganze hier wegklauen. Ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zum Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Wertein gibt. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Ciao.